So, ähm, hier Du, hierhin Äh, du mal hier drauf Okay, hierhin Okay, die Stuka, ähm Ja, hier drauf Not to worry Not to worry Not to worry Ah, da wäre die 8 optimal, wenn die weg wäre Na, was, den hauen wir einfach runter Dann sollte das klappen Okay Okay, okay Okay Lassen wir hier so stehen und hoffen, dass der da reinfährt Hört mal hier oben aus Okay, haut den mal weg Dann machen wir das So, in der nächsten Runde holen wir den da weg Ja, müssen die Infanteries da killen Okay, wir sind wieder Okay, zwei, zwei, drei, zwei, acht, acht, acht Okay, wir gehen hier Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, da haben wir die Flak Das Ding kann immer noch feuern, ich glaube es nicht Jetzt muss ich wirklich den Mörser dafür benutzen Okay, gut Hier rein Und zu Okay, gut Ach ja, der hat ja da Luftwaffe noch Okay, mach das mal Ja komm, du musst eh zurück, also schalt mal die Luftwaffe von dem aus Ähm, ja, hier ist ja Luftwaffe, wissen wir ja alle Also mal einfach da hin Wie, da ist keine Luftwaffe Warum hat der das jetzt nicht aktiviert Weil das Ding ist doch echt zum Kotzen, ne Ja, jetzt aktiviert das Ich bin zehnmal durchgeflogen, du Arschloch Boah, was eine Rotze, ey Da fliegst du zehnmal durch, oh, macht da nix jetzt Und dann wenn, also unfassbar So, und jetzt du Fliegst mir jetzt hier durch Ich will dieses scheiß Shifter loswerden Ja, ich sag dir, das Thema Flags ist hier einfach Total übertrieben So viel Flags kann man gar nicht haben Das geht gar nicht, das ist schon Also, ne, ähm, ja, ich muss das jetzt machen Weil ich will nicht, dass meine Bombe jetzt da Probleme kriegen Ähm, dann machen wir das so Guck dir das an Guck dir das einer Mensch mal an Also, das ist doch krank Das ist doch einfach nur krass krank Okay, wir machen hier doppelten Angriff auf die Maschine Es ist doch ein Witz, dass der die ganze Zeit da rauffeuern kann Meine Fresse, ey, was ist denn das? Wow Okay, den hat er böse geblättet Ja, das sollte jetzt reichen Äh, ja, kein Kommentar Kein Kommentar Ja, nur noch normaler Angriff, der ist tot Ja Okay, und du hier Mit 0 wieder abhauen, das ist ja wieder das Abgöttlichste, was ich liebe Ähm, Moment Könnten wir Können wir Kommen hier hin Hier warte ich mal noch ab Ähm, du Haust hier rein Ich gehe hier 1 zurück Dann kann seine Arterie da hinten nichts machen So, du, hier drauf 000 1 2 35 彌 2 2 3 Ja. Das müssen die zwei hier machen, ja. Die kriegen das sonst nicht hin. Na, die Bomber sind alle hier. Na, das war jetzt gerade die Überlegung, oder? Na, das ist jetzt echt die Überlegung die ganze Zeit, ja. Schweren Luftlockiereine machen. Die Adler hier weg, dann ist hier echt Ruhe im Karton. Na, das wird ihm richtig wehtun. Yes. So, das scheiß Ding ist weg. Okay. Okay, Jäger hierhin. Okay. Okay. Okay, der Flugplatz ist noch nicht gesichert. Ja, die stehen hier, ja klar. Tja, aber das bringt immer noch nichts weiter. Ja, da ist immer noch Massen an Flugabwehr, also... Die Sache hier ist noch nicht ausgestanden. Nicht wirklich. Ach so, wie schaut's hier aus? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber vielleicht kriegst du ihn ja weg. Gut, hier ist aber nichts mehr, das heißt, das Geschütz kann... Ja, das Geschütz kann jetzt erstmal hier hin, ja. Gucken wir vielleicht wieder da. Ich würde sagen, die zwei machen das und die gehen dann hier hin und räumen dann hier. So, das Gesch... Das Schiff ist auf jeden Fall schon mal weg, was schon mal gut ist. Hast du mir gerade sagen und schreit... Ach Gott. Ich glaube es ist einfach nicht. Es ist so unfassbar. Es ist so unfassbar. So, ja, wir müssen die verstärken, aber dann... So, dann kommen die jetzt in den Zug wollte ich sagen, aber geht noch nicht. Hä? Wann geht das jetzt noch nicht? Kann denn jetzt nicht an dem einen Ding da liegen? Die Bahnlinie... Zack, zack, zack. Okay, da kann hier ausgeladen werden. Ja... Die ausgeladen werden. Okay. Nächste Runde. Gut. So... Ja, das ist, finde ich, halt scheiße. Normalerweise muss man jetzt sagen, okay, die haben es verbockt. Äh, haben es nicht mehr geschafft und jetzt müssen sie sich halt ergeben. Ach, aber jetzt geht's... Ah, es musste denen da hinterherlaufen, wie so ein Irrer. Es ist halt einfach scheiße gelöst. Das ist halt echt scheiße gelöst. Das ist halt echt scheiße gelöst. So, lass uns mal hier gucken, da ist nichts. Ja, ich sehe noch kommen, dass ich irgendwo eine Einheit vergessen habe. Ja, das wäre richtig übel, aber... Pfff... Ja, die Vororte von Moskau, ja. Die Gemäldes-Sammlung, ja. Die Waffenfabrik, genau. Also hier ist alles erledigt jetzt, ja. Ich hoffe es echt. Aber ich sehe hier auch nichts mehr. Und wenn hier eine Einheit wäre, dann würde sie ja versuchen abzuhauen oder so. Ja, das können wir machen. Warum nicht? Das ist Wahnsinn, ne. Wenn man sich mal diese Verteidigungslinie hier anguckt. Das ist böse. Das ist einfach nur böse. So, den Zug kommen wir jetzt zur Unterstützung. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt gleich Thula kriegen, weil das ist... So. So. Gut. Das Gebiet hier, ja, das müssen die jetzt machen. Die müssen das hier räumen und dann gehen die hier hoch. Machen wir die Artilleries, zwei Stück und dann ab hoch. Das Geschütz deckt hier alles ab, ja. Ja, nur verbombe ich das Ding da einfach in die Steinzeit zurück. Was soll's? Go. Ja, das ist natürlich wieder sowas ganz tolles. Sowas liebe ich ja abgöttisch wieder. Jetzt hauen die irgendwo in die Wallerei ab. Ach. Ah, geht auf den Panzer, okay. Ich dachte, der geht auf die Infanterie. Nein, noch ein Schiff. Ich kotze ab. Ah. Sag mal, wieviel von diesen Drecks verfickten Schiffen hatten der da? Oh. Leute, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Noch ein Schiff. Ach. Unfassbar. Äh, mal kurz gucken, kommst du? Ja, weil da oben. Ja. Jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus da oben. Ja, scheiße auf die Polizisten. So. Dann haben wir den. Naja, in der nächsten Runde ist Nacht. Dann kriegen wir den wohl noch nicht raus, aber... Die können dann nachher hier hinten alles machen. Ja, natürlich noch ein Panzer hier. Ja, kümmern wir uns um den gleich. Ich würd sagen, das machst du sogar, ja. Gut, aber Leute, das war's von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wir sehen uns im nächsten Mal.